Es geht jetzt tatsächlich weiter mit dem von mir schon angekündigten Top 16. Da geht es um den Datenschutz. Zweite und dritte Lesung, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien. Das Fernmeldegeheimnis will die Bundesregierung künftig nicht mehr nur für Telekommunikationsdienste wie Telefon und SMS gelten lassen, sondern auch für einige Telemedien wie Messenger, Internet-Telefonie und Webmailer. Ja, darum geht es im Großen und Ganzen. Und der erste Redner, der das hier vorstellen wird, ist von der CSU, Hans-Jörg Durz, wird gleich das Wort bekommen. Er ist der stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss Digitale Agenda. Aber zunächst muss noch ein bisschen mehr Ruhe einkehren hier im Plenarsaal. Und Claudia Roth hat das auch angemahnt. Und jetzt geht es los mit dem von mir schon angesprochenen Hans-Jörg Durz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für den Datenschutz, denn er ist nun nicht mehr nur schmückendes Beiwerk des Telekommunikationsgesetzes oder des Telemediengesetzes, sondern er bekommt nun ein eigenes Stammgesetz. Somit schaffen wir einen übersichtlichen Rechtsrahmen für den Datenschutz und setzen die E-Privacy-Richtlinie in Deutschland um. Klare Datenschutzregeln schaffen wir auch für die Zeit nach dem Ableben der Nutzer. Denn mit diesem Gesetz stellen wir klar, dass das Fernmeldegeheimnis der Rechtewahrnehmung durch Erben und andere berechtigte Personen in der Rechtsnachfolge des Endnutzers nicht entgegensteht und schaffen somit Rechtsklarheit für das digitale Erbe. Auch die Aufsicht über die Einhaltung der Datenschutzvorschriften wird reformiert. Vor allem erhält der Bundesdatenschutzbeauftragte die ausschließliche Aufsicht im Hinblick auf den Schutz der personenbezogenen Daten. Dieses Gesetz trägt aber auch dazu bei, Kompromisse zwischen Bundesrat und Bundestag umzusetzen. Das gilt zum einen für die Bestandsdatenauskunft. Der Kompromiss, der im Vermittlungsausschuss zwischen den Parteien gefunden wurde, findet sich in diesem Gesetz Wort für Wort wieder. Zum anderen werden wir mit diesem Gesetz Änderungen am erst jüngst verabschiedeten Telekommunikationsmodernisierungsgesetz vornehmen. Damit setzen wir Änderungswünsche des Bundesrates um. Der Universaldienst für Bürger wird damit gestärkt. Denn die Vorgaben für die Mindestanforderungen von Internetdiensten werden künftig in einer Rechtsverordnung geregelt, der nicht nur der Bundestag, sondern auch der Bundesrat zustimmen muss. Die Mindestbandbreite wird somit im breiten gesellschaftlichen Konsens festzulegen sein. Das ist gut so. Zudem wird eine Änderung bei der Frequenzvergabe vorgenommen. Damit kann die Bundesnetzagentur künftig neutral bewerten, welches das beste Verfahren für die Vergabe des jeweiligen Frequenzblockes ist. Eine der Hauptsorgen der Opposition, dass das neue TKG ohne Regelungen zum Datenschutz bleibt, kann hiermit beiseite gewischt werden. Beide Gesetze werden gleichzeitig am 1. Dezember dieses Jahres in Kraft treten. Damit ist die gesetzliche Neuordnung des Telekommunikationssektors rechtzeitig zum Ende dieser Legislatur abgeschlossen. Wir haben den Verbraucherschutz gestärkt. Die meisten Funklöcher werden in wenigen Jahren der Vergangenheit angehören. Und wir werden den Schutz der Nutzerdaten stärken. Das liegt übrigens auch an einer innovativen Neuerung, die wir im parlamentarischen Verfahren in das TTDSG eingebracht haben. Wir etablieren eine Rechtsgrundlage für die Anerkennung von Systemen, mit denen Nutzer die Einwilligung in die Nutzung ihrer Daten künftig auch zentral managen können. Wir folgen damit der klaren Empfehlung der Datenethikkommission. Und wir setzen damit eine zentrale Forderung des Bundesrates um. Wir wollen jedoch keine neuen Gatekeeper. Browsereinstellungen müssen deshalb künftig sicherstellen, dass der Nutzer will umgesetzt werden und Nutzer Datenschutzeinstellungen auch über einen Datentreuhänder zentral vornehmen können. Welche technischen und konzeptionellen Vorgaben dafür gelten, wird die Bundesregierung in einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates festlegen. Klärungsbedürftig ist insbesondere, wie das Verhältnis von individueller Nutzereinwilligung und der Einstellung von Treuhändern auszutarieren ist. An welcher Stelle diese Klärung zu erfolgen hat, muss zeitnah wiederum geklärt werden. Zentral muss die souveräne individuelle Einwilligung des Nutzers sein. Als Union war uns wichtig, dass auch Unternehmen diese Dienste anbieten können müssen. Denn die notwendige Innovationskraft für den Datenschutz der Zukunft kommt auch von Unternehmen. Damit setzen wir ein Zeichen für die Verhandlungen der E-Privacy-Verordnung. Wir werden uns auch dort dafür einsetzen, dass Datenschutz auch durch unternehmerisches Handeln gestärkt wird und eine vernünftige Grundlage für die Datenökonomie der Zukunft wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Hansjörg Durz. Soweit also Hansjörg Durz, der hier die Debatte eröffnet hat zum Gesetzentwurf der Bundesregierung und auch zu Anträgen der FDP-Fraktion, die hier drei Anträge insgesamt eingereicht hat. Enrico Komning spricht als nächstes für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Kollegen! Die Nutzung von Telekommunikation und Telemediendiensten ist längst zu dem Tummelplatz schlechthin von Kommunikation, von Meinungsaustausch, von Handel und von Kultur geworden. Und genau wie Plattformen keinen rechtsfreien Raum für Nutzer bieten dürfen, müssen Überwachungsauswüchse des Staates ebenso wie Datenmissbrauch durch Anbieter wirksam verhindert werden. Klassische Telekommunikationsformen verlieren an Bedeutung. Mit der mutwilligen, nur vermeintlich coronabedingten Zerstörung der klassischen analogen Wirtschaft und unserer Gesellschaft verlagern sich viel schneller als noch vor Kurzem befürchtet die meisten Lebensbereiche in die digitale Parallelwelt. Nicht Bitcoin, sondern Daten sind die Währung des 21. Jahrhunderts. Das bedeutet, der Kunde, der Endverbraucher, muss wissen, welche und wie viel Daten er für welche Leistung preisgibt. Er muss Herr seiner Daten sein. Und der Staat muss ihn dazu in die Lage versetzen. Sicherheitsbehörden müssen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung nach rechtsstaatlichen Grundsätzen betreiben. Es kann keinen Freifahrtsschein für Ausspähen innerhalb von Telekommunikations- und Telemediendiensten geben. Den gläsernden Bürger, meine Damen und Herren, lehnen wir ab. Und auch Unternehmen, die für erbrachte Leistungen Daten der Endverbraucher erheben und nutzen wollen, müssen grundsätzlich immer auf die Einwilligung des Datengebers angewiesen sein. Wir begrüßen daher im Grundsatz die Bündelung der Datenschutzbestimmungen in einem Gesetz. Das bislang bestehende Nebeneinander von Datenschutzgrundverordnung, Telemediengesetz und Telekommunikationsgesetz hat auf allen Ebenen bei Verbrauchern, bei den Diensteanbietern und Aufsichtsbehörden zu vielerlei Rechtsunsicherheiten geführt. Die Regelungen im Einzelnen bleiben aber zu häufig im Ansatz stecken und sind nicht oft zu Ende gedacht. Die behördliche Verantwortung für die Durchsetzung einzelner Regelungen bleibt in dem neuen Gesetz offen. Der Bußgeldkatalog des Paragrafen 26 TTDSG entfaltet nach wie vor kaum Abschreckungswirkungen. Der ganze Cookie-Blödsinn, der weder Transparenz schafft noch den Verbraucher in seinem Recht auf informatielle Selbstbestimmung wirksam schützt, wird durch dieses Gesetz leider auch nicht behoben. Die Einführung eines PIMS, eines Personal Information Management Service, zum Beispiel zum Umgang mit Cookie-Anfragen und zur Einwilligungsverwaltung, wird auch in diesem Gesetz nicht umgesetzt. Damit wird die Chance, eine verbraucher- und eine anbieterfreundliche Ausgestaltung leider vertan. Dass es bei einem solchen wichtigen Gesetz zudem ohne Aussprache im Ausschuss zu einer Beschlussempfehlung kommen musste und das in diesem Bereich nicht federführend der Innenausschuss befasst war, bleibt aus unserer Sicht ebenfalls kritikwürdig. Deshalb, meine Damen und Herren, lehnen wir dieses Gesetz ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Enrico Korning. Und der nächste Redner in dieser Debatte kommt aus der SPD-Fraktion. Falco Mors sitzt im Ausschuss Digitale Agenda und spricht jetzt hier zum Gesetzentwurf der Bundesregierung. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Datenschutz hat in den letzten Jahren sehr deutlich und zunehmend an Bedeutung für uns alle gewonnen. Natürlich mit zunehmender Digitalisierung, mit dem zunehmenden digitalen Verhalten im Kommunikations- und Arbeitsbereich als Beispiele hat eben die Bedeutung der Selbstbestimmung darüber, welche Daten über mich wo und wie gespeichert und benutzt werden, natürlich zugenommen. Und wir schaffen hier mit dem TTDSG, also dem Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz, ein neues Stammgesetz, in dem die Datenschutzbestimmungen zusammengefasst werden. Das heißt, wir verhindern eben, dass wir bisher in unterschiedlichen Gesetzen widersprüchliche, teils widersprüchliche Regelungen bestanden. Wir schließen mit diesem Gesetz einige Lücken, die beispielsweise noch offen waren in der Umsetzung der Privacy-Richtlinie und schaffen so ein konsistentes Stammgesetz für den Datenschutz im Bereich der Kommunikation. Das, meine Damen und Herren, ist gut und es schafft Rechtssicherheit für alle. Das Gesetz beinhaltet auch Klarstellung im Bereich des digitalen Erbes. Es stellt nämlich klar, dass das Fernmeldegeheimnis nicht den Rechten des Erbnehmers entgegensteht. Insofern ist auch hier eine jahrelange Rechtsunsicherheit mit diesem Gesetz, die beendet wird, weil eben Klarheit geschaffen wird, dass auch das digitale Erbe an die Erben weitergeht, sofern nichts anderes geregelt ist. Es ist auch hier wichtig, dass Klarheit geschaffen wurde, meine Damen und Herren. Und wir alle kennen das. Es ist angesprochen worden, dass wir, wenn wir im Internet unterwegs sind, permanent konfrontiert werden mit Bannern, die wollen, dass wir bei Cookies zustimmen oder auswählen, welche Art der Cookies wir denn eigentlich wollen. Und am Ende führt das dazu, dass die meisten von uns eher genervt den schnellsten Weg suchen, wie ich diesen Banner eigentlich loswerde und endlich auf die Website komme und nicht dazu führt, dass wir uns bewusst entscheiden, ob wir einwilligen, in welcher Art der Cookies wir einwilligen und was das eigentlich zur Folge hat. Und deswegen ist es wichtig, meine Damen und Herren, dass wir auch hier mit diesem Gesetz eine Grundlage für Personal Information Management Systems, also PIMs, schaffen, wo wir nämlich sagen, in Zukunft, wenn diese PIMs eingesetzt werden sollen, wo ich eben bewusst sagen kann, bei bestimmten Anwendungen stimme ich zu, bei anderen stimme ich nicht zu, dass hier eben bestimmte Grundlagen und Eckdaten beispielsweise Unabhängigkeit gewahrt werden müssen, weil es eben nicht sein darf, dass der Anbieter eines solchen Systems, dem ich ja am Ende anvertraue, mit meiner Einwilligung verantwortungsvoll umzugehen, dass der ein eigenes Interesse hat. Das muss aber, weil es eben sehr kompliziert ist, durch Rechtsverordnung noch ausdefiniert werden. Das muss durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Und dann haben wir hier eine gute Grundlage geschafft, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich die letzten Sekunden noch mal ganz kurz für etwas Persönliches nutzen, denn wir wissen ja alle nicht, was in den nächsten fünf Monaten noch kommt. Aber höchstwahrscheinlich wird es im Laufe dieser Debatte die letzte Rede von meinem wirklich sehr geschätzten Kollegen Gustav Herzl nach 23 Jahren im Bundestag sein. Und lieber Gustav, ich sage dir nach der wirklich intensiven Zusammenarbeit, nicht nur bei dem, sondern vor allem im Bereich des Telekommunikationsgesetzes, ohne zu übertreiben. Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre, mit dir zur Arbeit und von dir lernen zu dürfen. Und du hast nicht nur gezeigt, dass du Verantwortung übernehmen kannst, sondern dass du sie auch übergeben kannst. Wirklich von Herzen herzlichen Dank für deine Arbeit und deine Unterstützung. Vielen Dank für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ein bisschen ist der Gesetzentwurf und vor allem der Änderungsantrag ein bisschen vergleichbar mit der Operation Abendsonne, wo noch Personal auf den letzten Drücker untergebracht werden soll. So hat man manchmal auch ein bisschen den Eindruck, dass Sie noch schnell ein paar Dinge einfügen wollen, die Sie vielleicht in der nächsten Legislatur nicht mehr so gestalten können. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, den Sie per Änderungsantrag vorgestern Abend noch eingefügt haben, auch wieder mit viel Vorlauf für die Opposition. Sie kapern regelrecht den Begriff dieser PIMS, dieser Personal Information Management Systems. Es ist eine Nebelkerze, denn das, was Sie da in dem Änderungsantrag machen, ist überhaupt nicht PIMS, sondern es ist im Prinzip ein, Sie nennen es Cookie-Einwilligungstool, im Prinzip ist es ein Helferlein, das Häkchen setzt, automatisiert. Es ist aber nicht ein wirkliches System, um die Informationsselbstbestimmung der Menschen zu organisieren und zu managen. Was wirklich Nutzer weiterbringen würde, wenn Sie Wege schaffen würden, um intelligente Assistenz zu schaffen, die Nutzungsbedingungen analysieren, die Datenschutzpräferenzen vornehmen. Und wir wissen alle, dass Cookies heute in der Nutzernachverfolgung gar nicht mehr das Mittel erster Wahl ist. Das ist das Mittel von den 80ern und nicht mehr, na ja, vielleicht nicht mehr von den 80ern, ist so lang. Saskia Esken würde das so sagen. Sie hat ja auch das Digitalministerium so bezeichnet. Aber die Cookies gibt es schon sehr lange und heute werden ganz andere Mittelot genutzt. Genau, die 90er, sehr gut. Auch sonst im Gesetzentwurf haken Sie eigentlich eine alte Checkliste ab. Denn die Cookie-Richtlinie gibt es seit über zehn Jahren und Sie setzen sie jetzt endlich um. Meine Damen und Herren der Koalition, das ist keine Kür, das ist Pflicht, was Sie heute abliefern. Wir haben Ihnen einen Gesetzentwurf heute vorgelegt und ich weiß, liebe Kollegen der Koalition, Sie lesen die Punkte nicht immer so. Das ist der Zusatzpunkt 5. Vielleicht nehmen Sie sich ihn nach der Debatte noch einmal zu Herzen. Wir schlagen Ihnen vor, ein Kerndatenschutzthema noch einmal aufzugreifen. Und zwar geht es um die Stärkung der Datenschutzaufsicht. Auch in diesem Gesetz, was Sie vorlegen, gibt es wieder keine Befugnisse für den Datenschutzbeauftragten gegenüber öffentlichen Stellen. Das ist aber dringend notwendig. Deswegen ist es auch nicht erklärbar, warum jeder Verein vor Ort mit der Mitgliederverwaltung ein Verfahrensverzeichnis anlegen muss und dort dann auch geprüft und auch sanktioniert wird von den Datenschutzbeauftragten, aber weiterhin öffentliche Stellen davon ausgenommen sind. Und Sie machen das auch in Ihrem jetzigen Gesetz wieder. Das ist nicht nachvollziehbar und das muss sich dringend ändern. Deswegen wollen wir mit unserem Gesetzentwurf, den wir Ihnen vorlegen, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte das, was die sogenannte JI-Richtlinie vorsieht, auch machen kann. Nämlich, dass er bei der Polizei und der Justiz beispielsweise Eingriffsbefugnisse hat, dass er handeln kann. Das, was er jetzt machen kann, nämlich eine Verwarnung aussprechen, das hat ungefähr die Wertigkeit eines Klassenbucheintrags, meine Damen und Herren, nicht mehr. Sie können das gerne aufnehmen. Das Bundespolizeigesetz, das seit Wochen geschoben wird übrigens von Ihnen, Das soll ja nächste Woche auf der Tagesordnung stehen. Ich fordere Sie auf, fügen Sie das dort noch ein. Schaffen Sie dem Datenschutz ein entsprechendes Gewicht. Und in Richtung Innenministerium sage ich, nehmen Sie das bitte an sich. Im Wirtschaftsministerium ist der Datenschutz leider nicht so gut aufgehoben und warten Sie bitte nicht wieder zehn Jahre bis dahin. Herzlichen Dank. Manuel Höferlin-Waders hat hier von einer Pflicht statt von einer Kür gesprochen, denn tatsächlich sind in diesem Gesetz, wird jetzt gesagt, dass das Speichern oder Auslesen von Cookies oder ähnlichen Informationen nur erlaubt ist, wenn der Nutzer die Nutzerin dem zugestimmt hat. Das ist aber längst in der E-Privacy-Richtlinie der EU von 2009 schon so geregelt und wird erst jetzt in deutsches Gesetz aufgenommen. Anke Domscheid-Berg spricht jetzt für die Linksfraktion. Sehr geehrte Präsidentin, liebe KollegInnen, bei der ersten Debatte zum Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz habe ich es als Telemedienüberwachungsgesetz bezeichnet, denn es ist ein erneuter Versuch, die Bestandsdatenauskunft gesetzlich zu verankern, nachdem das Bundesverfassungsgericht bereits zwei solcher Versuche verfassungswidrig fand. Die Linksfraktion wird diesem Gesetz daher nicht zustimmen. Heute möchte ich meinen Fokus legen auf die Ausbeutung personenbezogener Daten zu Werbezwecken, die der Gesetzentwurf ebenfalls neu regelt, denn darum geht es bei den harmlos klingenden Cookie-Zulassungen. Europäisches Recht verlangt eine gesetzliche Pflicht zur Einwilligung für jeden Einzelfall von Cookie-Datensammelei auf Basis klarer Informationen. Aber was heißt denn das in der Praxis? Da gibt es überall ein missbräuchliches Design dieser Einwilligungs-Pop-Ups. Jeder von uns kennt das. Der Alles-Akzeptieren-Button groß in der Mitte, fett, rot, bunt vorausgewählt. Der Alles-Ablehnen-Button meistens gibt es ihn gar nicht. Der Einzel-Auswählen-Button ist super unsichtbar und gut versteckt. Findet man ihn doch, landet man in einem Labyrinth von Unterseiten, soll unzählige Einzelentscheidungen treffen. Und das ist ungefähr so abschreckend wie 70 Seiten kleingedruckter AGB. So werden Einwilligungen erschlichen und ertrickst und NutzerInnen genötigt. Das Einwilligungsprinzip fördert aber auch soziale Ungleichheit. Denn sehr oft begegnen uns im Netz zwei Optionen. Wer alle Cookies zulässt, darf Angebote kostenlos nutzen. Wer Privatsphäre will, der soll dafür zahlen. Aber wer will dann eine Gesellschaft, in der Privatsphäre ein Privileg für Wohlhabende ist? Die Linksfraktion will das jedenfalls nicht. Wir müssen also endlich klären, welche Art von Profilbildungen dürfen überhaupt zulässig sein. Die Frage ist relevant, denn ihre Folgen sind weitreichend. Die Ausbeutung personenbezogener Daten zu Werbezwecken ist das zentrale Geschäftsmodell im Internet. Und weil personalisierte Werbung dieser Art auch das Geschäftsmodell von Facebook und Co. ist, führt das am Ende zur Verbreitung polarisierender Inhalte wie Lauffeuer und vergiftet unsere Gesellschaft. Gegen diese Fehlentwicklung hilft nur ein Verbot der massenhaften Durchleuchtung von InternetnutzerInnen für Werbezwecke. Denn auch mit einer Einwilligung darf nicht alles erlaubt sein, siehe Organhandel. Die Linksfraktion fordert daher die Bundesregierung auf, sich für ethische Grenzen bei der Profilbildung bei den Trilogverhandlungen in der EU zur E-Privacy-Verordnung einzusetzen. Im Übrigen bin ich der Meinung, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen haben nichts im Strafrecht verloren. Paragraf 219a gehört abgeschafft. Vielen Dank. Vielen Dank, Anke Stümscheidt-Berg. Nächster Redner in der Debatte ist Konstantin von Notz. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Konstantin von Notz. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die digitalen Bürgerrechte sind das Herzstück des liberalen Rechtsstaats im digitalen Zeitalter. Und so viel lässt sich sagen nach dieser Legislatur und den letzten Wochen. Sie sind bei der Großen Koalition in schlechten Händen, diese digitalen Bürgerrechte, meine Damen und Herren. Während die Große Koalition, kurz vor Tore Schuss, noch jeder Sicherheitsbehörde offenkundig verfassungswidrige Befugnisse wie die Online-Durchsuchung in die Hand geben und die massiven rechtlichen Probleme bei der Quellen-TKÜ, beim Handeln mit Sicherheitslücken oder bei CITES ganz bewusst nicht angehen, ist erstens weit über 1.000 Tage nach der von der EU gesetzten Umsetzungsfrist der JI-Richtlinie noch immer nicht vollständig umgesetzt und zweitens die dringend erforderliche E-Privacy-Verordnung während ihrer EU-Ratspräsidentschaft nicht einen Millimeter vorangekommen. Meine Damen und Herren, so geht es nicht. Diese jahrelange Nichtregulierung des digitalen Wandels ist schlecht für den Grundrechtsschutz der Menschen in diesem Land und er ist auch schlecht für die Rechtssicherheit von Unternehmen. Das direkte Ergebnis von all dem kennen wir alle. Anke Domscheid-Berg hat es angesprochen. Das ist eine nervtötende Flut von Cookie-Bannern, die wir jeden Tag alle zigmal erleben. Um ganz am Ende der Wahlperiode als Große Koalition noch einmal richtig unter Beweis zu stellen, wie chaotisch man in diesem Bereich agiert, lassen Sie das TTDSG nicht etwa im für den Datenschutz federführenden Innenausschuss verhandeln, sondern im Wirtschaftsausschuss. Erst nach der Sachverständigenanhörung führen Sie dann in einem Änderungsantrag etwas völlig Neues ein, nämlich das Einwilligungsmanagement. Und das sozusagen erst in der zweiten Kurve, diesen wesentlichen Baustein, das zeigt, dass das von Tankred Schipanski oft beschworene Feuerwerk digitaler Gesetzgebung der Großen Koalition in Wahrheit ein Tischfeuerwerk voller Rohrkrepierer und Nebelkerzen ist, Tankred Schipanski. Ja, so ist es. Es ist grundsätzlich richtig und wichtig, dass die Datenschutzregeln in ein eigenes Gesetz kommen und dass bei den Cookies endlich Lösungen geschaffen werden. Die datenschutzrechtliche Einwilligung darf nicht ad absurdum geführt werden. Sie braucht eine gute rechtliche Absicherung. Gleichzeitig muss es aber gänzlich untrackbare Bereiche geben. Das liefern Sie leider nicht. Das Gesetz beinhaltet weiter auch verfassungsrechtlich zumindest problematische Datenauskünfte. All das, der Datenschutz schützt die Daten. Er schützt die informationelle Selbstbestimmung und die Menschenwürde der Bürgerinnen und Bürger. Und er ist eben kein Nice-to-have. Das muss die Grundlage unserer Politik sein. Die GroKo hat das leider in dieser Wahlperiode nicht geliefert. Das ist sehr bedauerlich. Hoffentlich wird es ab September besser. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Konstantin. Von Notz guckt auf die Bundestagswahl bzw. auf die Zeit danach. Und ich sage es noch mal, falls es doch Menschen gibt, die sich fragen, was hier die Cookies sind, über die gesprochen wird. Das sind Dateien, die die Websites auf Computern der Nutzer speichern und dann so zum Beispiel dann wissen, wenn ein Nutzer zum zweiten Mal auf eine Seite kommt, ob er da eben schon mal drauf war. Oder er kann auch die Aktivitäten der Nutzer für Web-Werbezwecke nachverfolgen. Axel Knöhring spricht jetzt für die Unionsfraktion. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ressorts Wirtschaft, Innen- und Justiz, an die Arbeitsgruppen der Koalitionsfraktionen und insbesondere an Hans-Jörg Durz und Falco Mors. Die Mühe der letzten Wochen hat sich gelohnt. Das Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien, kurz TTDSG, was wir heute verabschieden, ist ein wichtiger Schritt. Und ich ergänze es, es ist auch ein notwendiger Schritt. Lassen Sie mich aus Sicht der CDU und CSU die drei wichtigsten Elemente nennen und auch entsprechend einordnen. Ich beginne hier vom Ende her. Endlich wird der digitale Nachlass geregelt. Zum digitalen Nachlass wird nach zahlreichen Klagen von Erben nun klargestellt, dass die rechte Wahrnehmung durch Erben dem Fernmeldegeheimnis nicht mehr entgegensteht. Damit können Erben einen Zugang zu den Daten des Verstorbenen erhalten, um die Nachlassverwaltung auch hier zu organisieren. Dieser Schritt, meine ich, war längst überfällig. Und wir haben weiterhin beim Datenschutz im Internet sinnvolle Verbesserungen erzielt. Bundesregierungen und Koalitionen haben sich darauf verständigt, dass das permanente Bestätigen oder Anpassen von Werbeanfragen der Vergangenheit angehören. Das Anpassen von Tracking war in Wahrheit nie ein Beitrag zu mehr Datenschutz. Jetzt gilt, feste Voreinstellungen zu Werbungen auf dem Smartphone sind rechtswidrig. Zorfen im Internet wird, obgleich ob es mobil oder stationär erfolgt, wird mit dem neuen Gesetz leichter, bequemer und vor allem sicherer. Es ist über 20 Jahre her, da hat sich die Deutsche Telekom aufgemacht, mit dem Projekt der virtuellen Kommune kommunale Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland zu digitalisieren. Nicht erst seit der Corona-Pandemie wissen wir, dass diese Vorhaben überwiegend nicht erfolgreich waren. Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist bis heute viel zu oft noch kein Vorzeigeprojekt. Wir spüren doch bereits an manchen Stellen den Verlust staatlicher Kompetenz, weil Abläufe zu langsam und zu kompliziert sind. Nicht alles, aber vieles hängt dabei an einer unzureichenden digitalen Infrastruktur und einem Mangel an vernetzten Denken. Das heute zu verabschiedende Gesetz für besseren Datenschutz ist zweifellos wichtig. Es bliebe aber Stückwerk, wenn es nicht eingebettet wird in eine neue Datenkultur. Diese neue Datenkultur besteht aus vielen Elementen. Wenn wir die Digitalisierung der Verwaltung rasch, also innerhalb der nächsten Legislaturperiode, vollziehen wollen, ist ein Element hier entscheidend für den Erfolg der Open-Data-Ansatz. Open-Data bedeutet, es gibt einen wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Mehrwert, staatliche Daten zu veröffentlichen. Wir gehen hier mit der Bundesverwaltung beispielhaft voran. Definierte Standards sind zudem die Grundlage für Geschäftsmodelle, bei denen unterschiedliche Ideen und Ansätze dem Wettbewerb gegenüberstehen und dennoch kompatibel bleiben. Dieser Wettbewerb hilft auch vielen Start-ups und vor allem den mittelständischen Unternehmen, sich erfolgreich mit dem großen Tech-Unternehmen zu messen, denn alle haben den gleichen Programmierstruktur, den gleichen Quellcode als Zugang. Zum Schluss ein Wort zum Datenschutz der Zukunft. Ich glaube, dass die Datenschutz-Grundverordnung der EU eine richtige Entscheidung war. Und dennoch muss ich die weitaus größere Zahl an Nutzern auf der Welt an die DGSVO nicht gebunden fühlen. Was tun? Die finnische Initiative MyData versteht Nutzer von Smartphones im Internet als respektierte Datengeber. Die Idee ist simpel, aber effektiv. Die Menschen sollen auch beim Teilen ihrer Daten im Besitz ihrer Daten bleiben und jederzeit auch die Kontrolle darüber behalten. Das schaffen wir nur mit staatlichen Datenschutzvorgaben im TTDSG durch zwei Instrumente. Mit Personalinformationsmanagementsystem wird das Einwilligungsmanagement datentreuhänderisch organisiert. Und Browser werden per Werkseinstellung verpflichtet, das nicht zu behindern. Das ist der moderne Geist des TTDSG. Im Zentrum eines modernen Datenschutzes sollte also immer der Schutz erhobener Daten vor fremdem Zugriff stehen. Und das ist gewährleistet. Ich bin ganz sicher, wir stehen vor dem Beginn einer neuen Datenkultur. Mit dem TTDSG liegen wir heute immerhin die datenschutzrechtlichen Grundlagen dafür, dass die informierte Einwilligung zum Zugriff auf persönliche Daten durch die Bürgerinnen und Bürger gestärkt wird. Das ist ein erster Schritt. Und darüber freue ich mich. Vielen Dank, Axel Knörig. Und damit kommen wir zum letzten Redner hier in dieser Debatte. Es wurde ja schon angekündigt danach, wird über den Gesetzentwurf der Bundesregierung sowie über zwei Anträge der FDP abgestimmt. Über einen dritten Antrag der FDP wird nur entschieden, dass er an die Ausschüsse überwiesen wird. Ich glaube, ich spreche im Namen von vielen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus vielen herzlichen Dank für 23 Jahre Einsatz für unsere parlamentarische Demokratie. Wir bedanken uns dafür und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen für den nächsten Abschnitt alles Gute, viel Neues, viel Aufregendes und bleiben Sie gesund. Und jetzt haben Sie das Wort zu Ihrer letzten Rede hier im Deutschen Bundestag. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber zunächst zur Sache, wie ich es 23 Jahre gehandhabt habe. Mit Artikel 13 in diesem Gesetz reformieren wir noch mal ein Stückchen am Telekommunikationsgesetz. Wir gehen insbesondere auf Wünsche der Länder ein. Die Länder können mitbestimmen bei der Verordnung für den Universaldienst. Wir eröffnen etwas mehr die Möglichkeiten der Bundesnetzagentur bei der nächsten Frequenzversteigerung. Das ist gut so. Deswegen bitte ich Sie, dem Gesetz zuzustimmen. Und lieber Falco, ich kann den Dank zurückgeben. Für mich war es wirklich jetzt in dieser letzten Wahlperiode schön, mit dir noch einmal richtig Gas zu geben. In dem ganzen Bereich der Telekommunikation. Ich finde, wir haben uns toll ergänzt. Du musst mir nur eins verzeihen. Wenn ich irgendwann über das Wort Glasfaserbereitstellungsentgelt stolpere, dann werde ich immer an dich denken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Herbst 2018 habe ich die Menschen in meinem Wahlkreis und meine Partei informiert, dass ich nicht erneut für den Deutschen Bundestag kandidieren werde. Sechsmal direkt gewählt. Ich denke, das reicht. Ich werde im Oktober, wenn der Deutsche Bundestag erneut zusammentritt, 63 Jahre alt sein. Ich kann auch 46 Jahre Arbeitsleben zurückblicken, davon 23 Jahre im Deutschen Bundestag. Auch das ist etwas, was genug ist für ein kleines Menschenkind. Ich bin heute, muss ich gestehen, ähnlich aufgeregt wie bei meiner ersten Rede, die ich noch in Bonn halten durfte. Nur sind es heute andere Gefühle, nämlich das Gefühl erstens der Wehmut, auch Selbstbewusstsein und Dankbarkeit. Als ich vor 46 Jahren politisch angefangen habe im Gemeinderat Zellertal, hätte niemand gedacht, dass der Gassenjunge unter Haschemer Kerweborsch jemals 23 Jahre erfolgreiche Arbeit im Deutschen Bundestag leistet. So kann es passieren. Ich sage das selbstbewusst, weil ich als Chemielaborant immer versucht habe, die Probleme sauber zu analysieren und klare Lösungen zu suchen. Ich habe eine Bitte an die Parteien alle, die zum Teil ihre Aufstellung schon vorgenommen haben. Es gibt vielleicht etwas Bedarf an handwerklichem und naturwissenschaftlichem Verstand im Deutschen Bundestag. Ich bedanke mich ganz viel bei den Mitarbeiterinnen des Bundestages, in den Ministerien, Landesvertretungen, Verbände, Unternehmen, Selbstständigen und Journalisten. Die Hintergrundgespräche mit der Rhein-Pfalz werden mir fehlen. Ich bedanke mich bei den Mitbewerbern. Ich habe mich immer gerne mit Ihnen gestritten und noch mehr gefreut, wenn wir zu Kompromissen oder sogar zu einvernehmlichen Lösungen gekommen sind, wie in dem schönsten Gremium des Bundestages, dem ich anhören durfte, dem parlamentarischen Weinforum. Ich sage Danke an die SPD-Fraktion, Andrea Nahles, Rolf Mützenich, Sören Bartol und Kirsten Liemann. Die haben mir vertraut, die haben mich einfach machen lassen. Ich bin stolz darauf, der besten Landesgruppe dieses Parlaments angehören, der SPD-Landesgruppe Rheinland-Pfalz, Thomas Schitzler. Vielen Dank, dass du den Staffelstab übernommen hast. Danke an meine Mitarbeiterin, ohne ich das nie geschafft hätte, im Wahlkreis, Johanna Hoffmann, die mich seit 1998, seit Beginn, betreut hat. Trixi Jakob, Christine Rücker und Jonathan Greilaus, die immer für die notwendige Bodenhaftung geachtet haben, wenn ich aus Berlin zurückgeflogen bin. Hier in Berlin, Ariane Mainzer hat mich durch das Raumschiff navigiert, Rashid El-Khafiff durch die Themen Agrar, Verkehr und Digitales, wissenschaftlich begeidigt, gut fortgesetzt von Anna Rosenberg und Maxi Hobbs, die Jüngste, Neueste in meinem Team, erinnert mich dann immer wieder an meine eigene Ungestimmtheit in der Juso-Zeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zu dem wichtigsten Teil aller meiner Reden im Deutschen Bundestag. Ich bedanke mich bei meiner Familie, weil sie hatte, die eigentliche Last zu tragen, wenn ich als Abgeordneter unterwegs war. Und ich sage Ihnen, ich bin ein ausgesprochener Glückspilz. Warum? Weil meine Frau Uta, meine Kinder Larissa und Dominik mich noch immer lieben. Und was kann es Schöneres geben, wenn man hier aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet? Vielen Dank. Alles Gute. Es war mir eine Ehre. Ja, und da gibt es jetzt Applaus hier aus dem Deutschen Bundestag, fraktionsübergreifend sechsmal direkt gewählt. Vielen Dank, Gustav Herzog. Ich denke, das reicht, sagt Gustav Herzog. Alles Gute und genießen Sie hoffentlich einen guten Jahrgang. Also Wein, meine ich. Gut, damit schließe ich die Aussprache. Tagesordnungspunkt 16a. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 29 839 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 27 441 und 28 396 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD und CDU und CSU. Dagegengestimmt haben die Fraktionen der Linken, der FDP und der AfD. Und enthalten hat sich die Fraktion von Bündnis 90 die Grünen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich jetzt zu erheben. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD und CDU und CSU. Dagegengestimmt haben die Fraktionen von AfD, FDP und der Linken. Und enthalten hat sich die Fraktion von Bündnis 90 die Grünen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 1929-855. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Bei Enthaltungen? Keine. Bei Zustimmung der AfD-Fraktion und Gegenstimmen von allen anderen Fraktionen des Hauses ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Tagesordnungspunkt 16c. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zum Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Verwaltung und Behörden zu starken Dienstleistern machen, Strategie für den Einsatz künstlicher Intelligenz vorlegen. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1929-818 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19-22-182 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktion der Linken. Das bedeutet ja hier immer, wenn die Beschlussempfehlung angenommen wurde, dass dann eben wie in der Beschlussempfehlung stand, dass der Antrag der FDP abgelehnt wurde. Die FDP-Fraktion hat noch einen zweiten Antrag hier eingereicht, über den abgestimmt wird mit dem Titel Smart Germany, Souveränität der Nutzerinnen und Nutzer über ihre IT-Systeme gewährleisten. Auch darüber stimmen jetzt die Abgeordneten ab. Und das können wir auch sehen, je nachdem, wie sie ihre Hand heben.